so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen reihe von escape from tarkov und zwar geht es um typisch tarkov die habe ich ja schon öfters mal videos zu einer arma 3 und anderen games gemacht wo einfach so typische fails oder fehler in dem spiel sind wodurch man sich ärgert oder stirbt klar ist jedem bewusst escape from tarkov ist noch in der beta und hat mit sicherheit noch fehler und es soll auch gar keine arge kritik sein sondern einfach das ganze ein bisschen darstellen und leuten zeigen okay ihr seid nicht die einzigen denn es passiert und game macht trotzdem bock und deswegen viel spaß beim zuschauen gebt den daumen hoch wenn ihr es feiert und ansonsten halt nicht schreibt in die kommentare was euer schlimmster zufall war oder fall was wo ihr gestorben seid durch ein desink oder sonst irgendetwas und dann viel spaß die schritte waren nicht weg 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 berg Ich habe unten einen Headshot bekommen. Was zum Teufel war das jetzt? Was? Was? WTF? Was zum Toll Was zum Teufel ist das?